das ist schön so ein schönes haus hey freunde fix wieder hier und weiter geht mit minecraft hardcore und mit der folge numero 7 ja wir sind immer noch dabei unser haus fertig zu bauen besser gesagt unser dach fertig zu bauen hier warum ist der leer und dafür brauchen wir 10.500.000 ton ziegel ungefähr ich bin mir nicht ganz sicher aber ungefähr 10.000 ist realistisch ja sechs stück habe ich wieder nein ach sogar und dann bauen wir hier gleich mal weiter hier haben wir die mitte vom haus dach und dann gehen wir rüber auf die andere seite ich könnte eigentlich da ja und es ist schon wieder leer ich glaube ich hole mir jetzt noch ein bisschen ton ist da noch irgendwo davon ist gut was ja damit wenigstens die zeit ein bisschen sinnvoll verbringen oder sinnvoll nutzen nein geh hier drauf ist das sand oh nein das sand ist das auch sand ja das ist auch sand ich hoffe das ist aha jetzt sieht man endlich mal den unterschied der ton der ist ein bisschen dunkler und hat so kreise anstatt striche in den texturen nochmal zur erinnerung apropos texturen falls ihr euer lieblings texture pack mir sagen wollt könnt ihr das natürlich gerne in den kommentaren tun und ich schaue mir das dann an und eventuell benutze ich das dann im let's play ok ja es dauert nur immer ein bisschen weil ich ein paar folgen vor produziere das heißt ja wenn ihr mir boah cool kann man da wenn ihr mir eure texturen sagen wollt oder schreibt zum beispiel in der folge 5 aber ich schon die folge 7 oder bis folge 8 vorproduziert habe kann ich natürlich erst in der folge 9 eure eure texturen benutzen aber ich versuche natürlich so viele wie möglich zu benutzen deswegen schreibt mir einfach und dann werden wir schon sehen das jetzige ist auch von einem zuschauer ich weiß gerade leider nicht wie er heißt aber die nächsten oder ich werde es in der nächsten folge nachholen und ja die nächsten werde ich auch immer erwähnen von wem ich die texturen habe das ist schön ok wie viel ton haben wir schon wieder 3 stacks unser haus schaut ein bisschen komisch aus von hier unten ich will auch spinnen töten und ich brauche noch den baum nicht dass ich das noch vergesse hier das fichtenholz glaube ich das habe ich in der letzten oder in der vorletzten folge gesagt dass ich meinen dachstuhl aus füchtenholz bauen will damit das hier alles so ein bisschen kontrast hat so und da haben wir ins deck rein da haben wir auch ins deck rein und da kommen die reste rein level up so und dann nochmal so nochmal so nicht und dann so und jetzt haben wir wieder 16 sehr schön aber wir haben es bald geschafft war ein steak essen ich muss echt aufpassen ne ich renne hier die ganze zeit irgendwie mit vier herzen rum auch schon letzte folge oder vorletzte folge auch mit zwei herzen rumgelaufen aber ich regeneriere nicht weil ich nichts zum essen genommen habe weil ich nichts gegessen habe da muss ich ein bisschen mehr drauf achten nicht dass ich deswegen dann noch sterbe ähm so nein falsch ah habe ich das das ist natürlich uncool glaube ich jetzt jetzt habe ich hier oben so ein hm was machen wir denn jetzt ich glaube ich lasse hier oben einfach so frei da haue ich dann so wie heißen die normalen einfachen ziegelsteine ein ziegelstein so da haue ich dann einfach so ziegelsteine rein so passt wieder alles und es wird schon wieder dunkel und wir brauchen immer noch spinnen damit wir einen bogen haben und wir brauchen noch mehr zuckerrohr und noch mehr leder damit wir mehr verzauberungs tische zeugs bauen können Bücherregale meine ich verzauberungs tische zeugs hey der mond verändert sich sogar es wird sogar vollmond weil letzte folge oder so war es halbmond aber jetzt erstmal pennen gehen gute nacht ah was mache ich denn diese folge mache ich aber das dach fertig da überziehe ich sogar um das scheiß dach fertig zu machen so 12 haben wir wieder wieder nach oben das holz brauchen wir dann ich hab schon mal geschaut ah wir haben es sogar gleich 1 2 3 4 5 nein da drüben fehlt eins ok und jetzt müssen wir wieder warten ich überlege jetzt mal wie ich den verzauberungs tisch am besten hinstellen weil da oben hat er irgendwie nichts von den büchern abbekommen ah egal jetzt mache ich das nächste mal zum glück habe ich das lapiz lazui mitgenommen weil eigentlich lasse ich das immer liegen weil davor hatte ich irgendwie nicht wirklich verwendung dafür aber jetzt muss man damit der verzaubern fünf stück hier brauche ich noch zwei das könnte sogar reichen drei vier fünf fünf wir haben es gleich geschafft unsere kohle geht auch langsam leer neun yes okay jetzt brauchen wir noch ein paar ziegelsteine wie viel brauchen wir eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun aber einen haben wir schon also acht und es hängt schon wieder das projekt ist verflucht ich muss unbedingt schauen dass ich das in den griff krieg ich habe einfach durchgehen war das gerade ein zug ich habe gerade ein zug gehört es gibt in minecraft keine züge nein da drin meine freundin sitzt gerade neben mir ein zug in minecraft wir sind nicht allein hier muss noch die steine machen perfekt acht steinchen eins oh nein zwei ich will nicht dass es hängt okay ich habe mich verzählt zwei brauche ich noch da habe ich noch meine treppen schon fertig okay das reicht das reicht erstmal das haben wir hier rein das auch und ob ich einfach einen zug höre das gibt es doch nicht entweder ist das im texture pack zusammen irgendwie oder das wurde mit einem patch dazu gemacht dass man Züge hört jetzt brauchen wir noch holz und dann ist unser dach schon fertig da ist eine kuh wer klingelt denn so schauen wir mal dass die kuh hier raus kommt die brauchen wir noch und jetzt bauen wir unser dach noch zu mit dem fichtenholz und ich habe schon wieder frame drops das ist schön wir könnten theoretisch auch einen dachboden draus machen ach komm ich bin so schlecht reichen die das gibt es nicht ey es lag schon wieder da minekraft mag mich nicht da müssen wir echt mal hoch gehen auf den fliegenden stein fliegenden fels vorsprung jump jump da gab es noch mal ein lied von jump jump oh nein jetzt muss ich echt nochmal einen baum abbauen sechs holz 24 holz das muss reichen 10 12 18 23 22 24 perfekt reicht ja unser holz äh unser boah wie heißt das jetzt nochmal zuckerhoher ist gewachsen ich will mal bambus sagen weil das ausschaut wie bambus und auch so schnell wächst wie bambus jetzt schauen wir mal unser haus an das ist schön so ein schönes haus richtig schön nur die fackel schaut denn komisch aus aber egal unser haus ist schön jetzt haben wir nochmal von der seite ui schön ach wir brauchen sand noch ich hole mal noch kurz sand da haben wir ja da vorne gehabt ja ein bein gebrochen so sand 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 weil wir brauchen noch glas für unsere fenster deswegen deswegen hole ich mir sand wie viel habe ich 14 erreicht locker aber wir könnten auch oben ins ins ding in den dachstuhl ein fenster bauen aber hier zentral so ja das schaut gut aus das machen wir dann haben wir hier noch eins perfekt und das kommt in den ofen das wird schon wieder dunkel draußen dann gehe ich mal schlafen und sag wenn es euch gefallen hat könnt ihr einen daumen oben da lassen wenn nicht dann nicht und abonnieren um nichts mehr zu verpassen und ich kann nicht schlafen warum kann ich nicht schlafen es ist noch nicht dunkel genug es wird noch gar nicht dunkel schau dir mal so aus aus dem fenster finde ich naja dann sehen wir uns beim nächsten mal haut rein und ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ci T